So, meine lieben Freunde, ich hoffe, ihr hattet bisher ein schönes Wochenende. Jetzt gibt es hier eine Kurzanalyse, natürlich nicht so ausführlich wie sonst immer bei den Pflichtspielen, aber eine Kurzanalyse vom letzten Testspiel aus dem Trainingslager in Alicante. Hertha gegen die Glasgow Rangers, den Zweitplatzierten der schottischen Liga, also der schottischen 1. Liga wohlgemerkt, klar, Glasgow Rangers kennt jeder. Und ich hatte echt den ganzen Tag ein urmiges Gefühl, wir haben hier einen kurzen Stream gemacht und ich dachte mir so, boah ey, klar, gucke ich es mir an, aber weiß ich gar nicht, ob ich mich danach jetzt die ganze Woche schlecht fühle, weil ich so ein übles Gefühl im Magen habe. Klar, Testspiele sind immer nur bedingt aussagekräftig, das weiß man von positiven Testspielen. Wir erinnern uns nur an dieses Spiel gegen Liverpool damals, wo wir sie, glaube ich, 4-3 geschlagen haben und an die Saison danach. Andersrum kann man auch nach schlechten Testspielen viel, viel besser performen. Also erstmal keine große Aussagekraft. Geht auch gar nicht zwangsläufig immer um das Ergebnis, sondern es geht darum, Ansätze zu erkennen und zu wissen, was ist der Plan dahinter, weiß die Mannschaft, was sie tut, festigt sich da was. Und das war ja das große Problem gegen Mechelen. Katastrophal. Und wir hatten ja von Dennis aus dem Trainingslager gehört, dass Paul Daday dann doch sehr Basic-Übungen gemacht hat mit den Spielern und ihm genau erklärt hat, welcher Pass wann wo hinkommen muss. Und das scheint Früchte getragen zu haben. Alles in allem erstmal, wir haben 1-0 gewonnen. Ergebnis ist mir nicht so ganz wichtig für mich, aber freut mich natürlich trotzdem, dass man mit einem Sieg aus der Vorbereitung gehen kann und das als Zweitligist gegen einen Erstligisten aus Schottland, der dort eben sogar noch Zweiter in der Tabelle ist. Erstmal zur Aufstellung. Wir haben ja jetzt in den beiden Testspielen jeweils eine Dreierkette erprobt, um eben zu schauen, was könnte eben auch mal ein anderes System sein, dass man da flexibler ist, dass man da auf einen anderen Gegner auch reagieren kann, dass man da vielleicht auch auf den Ausfall von Fabian Rehse reagieren kann. Ihr fragt ja immer, aber es wird natürlich nicht kommuniziert und man weiß es auch nicht so genau, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er gegen Düsseldorf schon spielen kann, denn selbst wenn er jetzt Montag ins Mannschaftstraining einsteigen würde, ich weiß gar nicht, ob die Montag schon trainieren, dann ist der Zeitraum sehr, sehr kurz. Also dann kriegt er vielleicht gerade so noch einen Kaderplatz und man darf ja da auch nichts überstürzen. Nicht, dass es dann wirklich was Chronisches oder Langfristiges wird. Dieses Mal hat sich Pal Darder wieder für das altbekannte 4-2-3-1 entschieden. Und unabhängig jetzt mal vom System, es war von Anfang an ein ganz anderes Spiel, muss man einfach sagen. Wir haben im Tor begonnen mit Tiag Ernst und dann, das muss man weiterhin dazu sagen, wenn es jetzt so weitergeht, dass die Verletzten doch länger brauchen als gedacht, wäre vielleicht die eine oder andere Verstärkung auf Leihbasis doch nicht so verkehrt in der Rückrunde. Ich habe ja mal gesagt, mir reicht das so, aber wenn die eben alle jetzt immer noch nicht fit sind, auch am Ende des Trainingslagers, dann muss man sich da echt was überlegen. Jetzt haben wir noch zu den Langzeitverletzten Palco, Benze, Duziak. Palco und Duziak sind ja zumindest schon mal wieder im Mannschaftstraining, aber waren heute auch wieder nicht im Aufgebot. Und auch noch, wen habe ich jetzt vergessen? Palco, Benze, Duziak, Ivo Maser. Jetzt fehlen auch noch Leistner. Ich hoffe, dass der wieder fit ist. Kenny, das ist natürlich sehr, sehr schmerzhaft, weil der mit jedem Spiel in der Rückrunde gefühlt besser wurde, ein total entscheidender Mann war. Und Martin Dardai war jetzt auch noch erkältet. Also eigentlich hat auch noch fast unsere komplette Abwehr gefehlt. Die Abwehr hat sich gebaut aus Pekarik, kann ich schon mal im Vorhinein sagen. Den kannst du wahrscheinlich auch mit 41 noch einwechseln. Nach einem Jahr nicht gespielt und der ist immer noch topfit. Gechter kämpft Doppel-Innenverteidigung, also wieder Viererkette, Zweier-Innenverteidigung. Karbovnik, linker Verteidiger. Kein Schienenspieler am Tor. Tiag Ernst. Doppel-Sechs wieder aus Clemens und Buchalakis. Winkler und Scherhand haben die Flügel gebildet. Previak als hängende Spitze und Tabakovic als Sturmspitze. Und von der ersten Minute, ich habe es mir jetzt gerade nochmal angeschaut, hat es mir gleich, man hat gleich gesehen, das ist heute was anderes. Nicht unbedingt wegen der Grundformation. Das ist erstmal nicht so relevant, du baust ja dann trotzdem teilweise mit drei Mann auf und so weiter. Sondern wie wir die Zonen besetzt haben, wie weit wir voneinander wegstanden, die Abstände zwischen den einzelnen Ketten dann jeweils, von der Abwehr, vom Mittelfeld etc. Und auch die Intensität war eine ganz andere. Beim Anlaufen, bei den Zweikämpfen, man hat nach Körperkontakt gesucht, man wollte unangenehm sein, man wollte nicht früh raufgehen, aber man wollte den Ballführenden attackieren. Das war eine ganz andere Grundeinstellung schon von Anfang an. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und auch der Ball lief ganz anders. Das Gruseligste an dem Spiel war ja wirklich gegen Mechelen. Das sah ja wirklich aus wie so ein Kick von einer, keine Ahnung, Traditionsmannschaft. Oder von so Allstars, die jetzt nochmal so ein Spiel machen, weil irgendein Spieler geheiratet hat oder was weiß ich. So sah das ja aus. Unfassbar langsam, immer nur Quergeschiebe. Keiner, der sich angeboten hat, nicht die richtigen Laufwege gefunden. Das sah viel, viel besser aus. Ich muss ein paar Spieler auf jeden Fall positiv hervorheben. Und da unter anderem, der wird ja immer viel gescholten. Auch zu Recht, man kann ja auch Spieler kritisieren. Wieso sollte man die nicht kritisieren dürfen als Fan? Weil er auch viele schlechte Spiele gemacht hat. Aber Bucher lag es heute zum Beispiel mit einem extrem guten Spiel. Heute kamen seine Stärken extrem zur Geltung. Unfassbar, wie unterschiedlich man innerhalb von einer Woche spielen kann. Für meine Begriffe auch an ihm jetzt. Wahrscheinlich Dardai nochmal mit ihm gesprochen. Du, bitte, wenn du den Ball hast, spiel die Bälle vertikal. Spiel sie in die Tiefe. Spiel sie nicht fünfmal quer, bis der Ball dann irgendwann wieder weg ist. Hat ganz, ganz viele tiefe Bälle gespielt. War umsichtig. Hat ganz, ganz tolle Verlagerungen dabei gehabt. Immer so eine schöne Diagonalbälle. So von der zentralen Position auf die Flügel. Sehr, sehr präzise. Klar waren da auch einige Fehlpässe dabei. Aber er hat den Weg nach vorne gesucht. Richtig überragende erste Halbzeit für meine Begriffe von ihm. Klar, Testspiel, nichts überbewerten jetzt. Aber war richtig, richtig gut. Vor allem, wenn du den Vergleich hattest. Und hat er auch gefühlt die meisten Ballkontakte. Clemens nicht ganz so auffällig. Trotzdem auch der mit mehr Offensivgedanken häufig. Aber der war sowieso ein bisschen defensiver orientiert, damit Buchalakis diese Freiheiten hat. Pekarik einfach solide Bank. Kann man einfach nichts sagen. Ernst zwischenzeitlich auch mit guten Paraden. Linus Gechter bis auf zwei Wackler, die kurz hintereinander waren in der zweiten Halbzeit. muss ich sagen, habe ich bei dem immer ein gutes Gefühl. Der dribbelt gut an. Der hat irgendwie eine sehr lockere Ballkontrolle. Und das, obwohl er ja immer noch erst 19 Jahre alt ist, der Linus. Aber wirkt irgendwie schon mega erfahren. Und das, obwohl er ja eigentlich nie konstant durchgehend spielen kann. Weil immer wieder was dazwischen kommt. Kempf ist für mich einfach überhaupt kein linker Innenverteidiger. Also linkerer Innenverteidiger in der Dreierkette. Hat heute als Kapitän auch gespielt. In der mittleren Innenverteidigung richtig gutes Spiel gemacht. Der hat sehr, 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 sehr viel geklärt. Gehört für mich heute auch zu einem der Besten. Hat auch das Tor erzielt. Kommen wir vielleicht nochmal gleich zu Karbovnik. Erste Halbzeit ein bisschen unauffälliger. In der zweiten Halbzeit hat er sich sogar das getraut, was ich mir so oft von ihm wünsche. Dass er mal, wie man ja heutzutage sagt, in Vers sich anbietet und dann ins Dribbling geht. Er hat durch ein paar Ketten durch. So schon fast auf die Achterposition. War nicht immer von einem Erfolg gekrönt. Aber er hat es zumindest mal probiert. Sah echt gut aus. Winkler, richtig gutes Spiel heute gemacht. Also der hat sich heute endlich mal wieder in Eins-gegen-eins-Situationen getraut. Richtig viele Aktionen dabei, wo er sich durchgesetzt hat. Sogar gute Bälle dann auch gespielt in die Offensive. Hat mir echt gut heute gefallen. Und das ja gegen einen qualitativ individuell hochwertigen Gegner. Scherhand sehr, sehr aktiv. Habe ich auch schon, als ich den Stream gestartet habe, gesagt. Da fehlt es immer noch an irgendwas. Da fehlt es an dieser Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Hätte auch ein Tor machen müssen, alleine vor dem Tor. Wo er sich dann für seinen schwachen linken Fuß und die kurze Ecke entscheidet, statt die lange. Den muss er natürlich machen, Derry. Aber ein absoluter Aktivposten. Immer wieder versucht er, Eins-gegen-eins-Duelle zu suchen. Hat immer den Zug zum Tor. Macht auf jeden Fall immer was. Ist nicht unauffällig. Ist nicht unsichtbar. Reibt sich auf. Und das kann man auf jeden Fall hoch bewerten. Präviak ziemlich unauffällig. Auch wenn er heute wirklich sich häufiger mal versucht hat, wie auch Niederlechner, in dieser Position eben hinter der Spitze auch mal tiefer fallen zu lassen. So in den Spielaufbau. Ziemlich unauffällig. Hatte noch so einen Distanzfreistoß. Ein paar Freistöße rausgeholt. Als ein oder andere Mal sah die Ballkontrolle da nicht gut aus. Tabakovic hat sich extrem aufgerieben. Kam zwar nicht wirklich zu Torchancen, genauso wie Präviak. Aber hat gearbeitet und damit eben auch die Wege freigemacht durch die Laufwege. Und dass er Spieler rausgerissen hat, dass eben Derry Sheeran dann einrücken können. Das war auch in der zweiten Halbzeit gut zu sehen. Da gab es den einen oder anderen Chipball. Der kam zwar knapp nicht an. Aber wie Winkler dann immer dieses Einlaufen Richtung Tor vom Flügel aus, dieses diagonale Einlaufen, hinter die Abwehrspieler gesucht hat, um dann Chipball zu spielen. Also alles in allem erster Halbzeit sind wir dann in Führung gegangen. Fast mit einem Pausenfiff. Ecke, Winkler. Die kamen richtig gut. Heute wurde ein bisschen was ausprobiert. Clemens hat Ecken geschossen. Bieler, Hüsey, Nader und eben auch Winkler. Von der rechten Seite mit links zum Tor. Es gab zwei Ecken, die richtig gut von ihm kamen. Die erste kam auf den ersten Pfosten. Perfekte Höhe. Kämpf perfekt eingelaufen. Verlängert ins lange Eck. Richtig schöner Kopfball. Gute Ecke. Eine zweite Gute Ecke gab es in der zweiten Halbzeit. Da hatte, glaube ich, Derry Scherhund einen Kopfball, der dann vom Keeper gehalten wurde. Also erste Halbzeit, muss ich echt sagen, hat man nicht gesehen, wer jetzt hier der schottische Erstligist ist, der um europäische Plätze spielt und wer der Zweitligist, der gerade auf Platz sieben steht und der gerade so ein Testspiel abgeliefert hat. Völlig anderes Gesicht. Also muss ich sagen, von Rangers kann man absolut enttäuscht sein. Über das ganze Spiel hinweg. War auch viel zu wenig von denen. Haben wir jetzt auch nochmal besprochen im Stream, dass die natürlich in ihrer Vorbereitung auch weiter hinten sind. Also vielleicht sind die gerade an dem Punkt, wo wir gegen Mechelen waren. Dennoch muss man auch nicht immer so sein, dass man sagt, wenn wir verlieren, ist Hertha einfach mega schlecht und wenn wir gewinnen, war der Gegner einfach nur schlecht. Sondern das war ein völlig anderer Auftritt, wo man jetzt mit einem ganz anderen Gefühl in die Woche geht und wo man nur hoffen kann, dass man das in der nächsten Woche dann auch so macht. Wie gesagt, zweite Halbzeit sind die Rangers dann viel, viel früher draufgegangen, standen viel höher, was aber immer mal wieder Kontersituationen für uns ergeben hat, die wir dann aber auch nicht eiskalt genug ausgespielt haben. Aber es sah in den Ansätzen schon sehr gut aus. Ich erinnere mich an einige echt schöne Kombinationen in der zweiten Halbzeit. Wie gesagt, Ecke Winkler, Derry Kopfball, der war in der zweiten Halbzeit, Derry alleine vor dem Tor gab es die Chance, Niederlechner und Nader kamen dann in der 65. für Previak und Tabakovic. 66 Minuten dann mal, das war so die größte Chance von den Rangers eigentlich über die gesamte Spielzeit. Tolle Parade von Tiag Ernst in Handballmanier, toller Reflex, auch wenn er nicht so platziert war aus kurzer Distanz. In der 81. Minute hat Paldada dann sogar nochmal den jungen Boris Lum. Toni Rölke diesmal nicht in der Innenverteidigung, sondern hinter den Spitzen und Tim Hoffmann eine Chance gegeben. Rölke ist mir sogar in den wenigen Minuten echt positiv aufgefallen, hat einen sehr, sehr schönen, öffnenden Pass gespielt und auch zwei, drei gute Zweikämpfe geführt. Ja, da kannst du am Ende sogar noch mehr draus machen eigentlich. Boah, ich habe so einen Frosch im Hals. Da kannst du am Ende eigentlich noch mehr draus machen aus den ganzen Umschaltmomenten. Aber das war wirklich ein gut anzusehendes Spiel. Wir müssen auch nicht darüber sprechen. Wie gesagt, Vorbereitung kann man alles nicht werten. Man weiß nicht, wo der Gegner gerade steht, was sie gerade ausprobieren, etc. Und man sieht wieder, uns liegen einfach Mannschaften, die das Spiel machen wollen eigentlich, die den Ball gerne haben wollen, wo wir die Räume bekommen zum Umschalten. Das liegt uns einfach mehr. Jetzt wird natürlich die Schwierigkeit weiterhin sein, du wirst nicht nur so eine Gegner haben. Du wirst auch so eine Gegner haben wie Osnabrück. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Kaiserslautern unbedingt bei uns das Spiel machen wird mit Ballbesitz, Fußball im Pokal. Ich weiß jetzt nicht mal, wie es bei Düsseldorf ist. Eigentlich wäre von denen ja eine clevere Taktik, die geben uns den Ball und kontern uns aus. Aber das, was mir gegen Mechelen so gefehlt hat, dieses, ich will Ansätze sehen. Ich will was sehen, wo ich sage, da kann noch mehr draus entstehen. Denn wenn wir eiskalt sind, wenn wir da konsequent sind, wenn wir im letzten Abschluss gut sind, wenn wir im letzten Pass noch besser werden, dann kannst du das Spiel heute sogar 3-0 gewinnen. Das ist nicht mal übertrieben, weil die Chancen dafür waren da. Man hat es dann bloß nie richtig ausgespielt. Also hervorheben fürs Spiel möchte ich wirklich Bura Larkes, der mir extrem gut gefallen hat. Ich möchte Kämpfer vorheben, Schernd und Winkler. Auch die anderen haben ein gutes Spiel gemacht. Und jetzt bitte mit diesem Fokus in das erste Heimspiel in der Rückrunde gehen gegen Düsseldorf. Weil das ist auch gleich so eine Frage von Stimmung. Mit welcher Stimmung geht die Mannschaft rein? Welche Stimmung hat das Umfeld? Kommt da so eine richtige Aufholjagdstimmung auf, wenn wir dann auch bald die englische Woche haben und so weiter? Und das alles ohne Fabian Rehse. Was ich mir natürlich wünsche ist jetzt erstmal, dass wir aus dem Vollen schöpfen können. Weil das darf man nicht vernachlässigen. Ich wünsche mir, dass Kenny zurückkommt, Leistner zurückkommt. Dass zumindest Dudziak und Palko Dardai eingesetzt werden können. Weil auch die haben ja heute wieder gefehlt. Wir haben ja auch heute wieder ohne Zehner gespielt. Und natürlich, dass Fabian Rehse schnellstmöglich fit wird. Das wünsche ich denen allen persönlich, aber auch für uns als Hertha natürlich. Wenngleich ich nicht glaube, dass uns alle zur Verfügung stehen werden. Aber das macht Mut. Und wir brauchen auch einen Kämpf, der genau so spielt. Er ist halt schwankend in seinen Leistungen. Wir brauchen genau den Kämpf, der hat sehr, sehr viel im Keim erstickt. War vorne torgefährlich. Natürlich, das brauchen wir. Und diesen Kämpf, den wir jetzt schon wieder zum Beispiel gesehen haben im letzten Testspiel gegen Mechelen, der ist halt in dem Sinne Gift für uns. Aber dann geht es mir damit auch gar nicht so schlecht, weil auch ein Gächter echt wieder eine gute Leistung gezeigt hat. Also wir haben mittlerweile echt eine coole Mannschaft. Bilal Hussein war nicht ganz so aktiv, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Aber kam auch immer besser ins Spiel rein. Hat auch den ein oder anderen schönen Pass gespielt. Es gab eine sehr, sehr schöne Kombination, die dann aber von nah an nicht aufgelöst werden konnte. Zwischen Boris Lum und Bilal Hussein. Es sah ein richtig schönes Direktpassspiel aus. Und so muss es gehen. Wir dürfen nicht in diesem Modus verfallen, wenn eine Mannschaft uns den Ballbesitz überlässt, dass wir dann lethargisch werden und den Ball einfach nur die ganze Zeit querschieben. Weil du kannst 70 Prozent Ballbesitz haben und trotzdem die deutlich ungefährlichere Mannschaft gewesen sein. Bestes Beispiel, wir haben es ja gesehen in dem einen Spiel, wo Bayern eigentlich den VfB ohne Ballbesitz zu Hause an die Wand gespielt hat. Und das bringt uns dann eben auch nichts. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie da die Entwicklung weitergeht. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht so viele Schwankungen erleben. Ich traue mich da jetzt keine Prognose abzugeben gegen Düsseldorf. Ich werde mir deren Testspiel auch nochmal anschauen. Wie gesagt, nicht überbewerten, nicht unterbewerten. Es geht zumindest mal von den Ansätzen in die richtige Richtung. Ihr könnt mir ja gerne mal reinschreiben, wer euch besonders gut gefallen hat, wer euch besonders überrascht hat und wie euch das Spiel so gefallen hat, wie ihr das jetzt so einwertet. Und vor allem eben auch, was ich nochmal dazu sagen will, die Viererkette unter den ganzen Bedingungen, die wir jetzt haben, auch fehlende Kreativspieler, vielleicht auch ein bisschen die fehlenden Schienenspieler und so, wie wir es dann umgesetzt haben, ist dann auch einfach die bessere Wahl derzeit. Also da scheint sich die Mannschaft wohler zu fühlen, aber es war heute einfach auch nicht, was die Grundformation angeht, sondern vom ganzen Auftreten her richtig positiv. Unsere Fans haben dann auch nochmal gute Pyro-Action im Hintergrund gemacht. Das sah auch echt geil aus. War ja außerhalb vom Stadion, durfte also eigentlich keine Strafe geben. Keine Ahnung, wie das geregelt wird. Ja, nee, also das war auch nochmal cool. Trainingslager ist morgen jetzt vorbei, morgen fliegen sie zurück. Und dann ist genau noch eine Woche bis zum Spiel gegen Düsseldorf, wo ihr euch gerne noch Karten holen könnt. Da sind noch einige da. Kaiserslautern ist ja mittlerweile ausverkauft, das sei denn, es kommt noch fast vom Auswärtskontingent zurück. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Ich kümmere mich jetzt um meinen Frosch im Hals. Und danke euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr mich unterstützen wollt, und ein Kommentar. Und auch eine Meinung zur Gesamtvorbereitung jetzt, so der Eindruck. Wir sind morgen nochmal live auf Twitch. Habe ich so schon gesagt, ich bin so übermüdet, ich habe heute durchgemacht. Wir sind morgen nochmal live auf Twitch, abends bei Kesti, machen Zweitliga-Talk, nee, ist glaube ich auf YouTube. Und ich werde um 19.30, 20 Uhr auch nochmal online gehen, dann gucken wir uns Benzedada-Interview an, können nochmal ein bisschen über das Trainingslager sprechen. Und in diesem Sinne jetzt wirklich ciao, genießt das Wochenende. Das letzte Hertha-freie Wochenende war es ja jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Hau he und tschüss.